Was kommt jetzt von drin? Strip West hatten wir gerade, dann kommt jetzt Downtown Detroit. Och ne. Ich hab 221, damit bin ich Platz 400. Platz 1 hat 2 glatt. Ich bin 4124. Platz 100 hat 213. Ich bin gespannt. 2138 gilt es zu schlagen. Kann man da Windschatten fangen? Keine Ahnung. Ich muss mal schauen, welches Rennen das ist. Wann spielt hier morgen eigentlich auf PvP? Sander, du meinst wer eine Kette gewinnen kann? Jeder. Das sortiere ich nicht aus. Kann sich nicht jeder einen Sub leisten, aber trotzdem jeder auf seine Weise. Warte mal, was ist... Nein! Nein! Das ist das Rennen hier nur... Oh nein! Nicht schon wieder das. Oh mein, nein! Ja. Ich wäre perfekt durchgekommen. Nein, du ist nicht voll in diesem Weg. Oh nein! Wie unkreativ wollt ihr bei einem Rennen sein, The Crew? Oh ja! Das ist das selbe nur jetzt mit Kollision. Nein! Oh nein! Ähm, wie viel haben wir eben gefahren hier? Ohne Verkehr, also ohne uns zu berühren. 212. Was müssen wir jetzt fahren? Keine Ahnung. D215. D215 nutzen wir 14. D215 war das. D215 war das. D215. Ach du Scheiße. Heißt im Prinzip wir genau dasselbe Rennen nochmal, in Top 100 schaffen. Geil. An Basti, soeher. Aber vor WFD sind habe ich die beiden Jungs demotiviert. Ich glaube der erste, der auf dem demotiviert. Ja. Als hättet ihr Bock auf das Rennen. Nee, absolut nicht. Ich kann das absolut nicht ausstehen, aber... Meine Meinung. Diese Speedtour Events sind halt echt ne lächerliche Lachnummer. Ja, ich habe gerade lächerliche Lachnummer gesagt. Ich verkleck mich doch. Ich weiß, dass das doppelt gemoppelt ist. Trotzdem. Genau wie die Doppelmoral, die ich dir geschrieben habe. Ja. Genauso. Ich werde es aber noch mitziehen. Ach du Scheiße. Du spielst du eigentlich nur um Streamen? Ohne Stream spiele ich gar nicht. Ich habe keine Zeit für. Ich streame ja immer abends. Also wenn ich abends Zeit habe zu zocken, dann starte ich einen Stream. Also ich habe das Zocken ohne Stream tatsächlich komplett aufgefallen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Komm nur um eine Kurve. Ja und so wieder hier hinter. Das ist so lächerlich. Du hast mich kurz angeschoben. Du hast eine Hilfe gerade. Ich denke ja. Mein Gemerzt irgendwann am Ende. Dieter. Ich bin nicht der einzige. 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 Nein. 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 Ich weiß zwar nicht genau was ich fahren muss, aber nein. 2, 3, 2, 7 oder irgendwas. Naja. V10 hat auch noch ein anderer auf 9 getippt. Naja. V10 hat auch noch ein anderer auf 9 getippt. Naja. Keine Lust mehr. Wie lange noch? Hm. Wir haben noch 16 Minuten. 18 Minuten. Gut. Ja, warum ziehst du den so? War irgendwie perfekt durch. Ich hab die Abkürzung. Und der hat abgefasst im Auto. Ich werde gerade von irgendeiner random Nummer angerufen, die ich überhaupt nicht kenne. Schatz, erwartest du einen Anruf? Komisch, das ist eine Handynummer. Mir sagt die nichts. Hat schon aufgelegt. Keine Ahnung, irgendeine Handynummer. Let's disco! Jaaa. Nice. Die Dillre durch gewesen. Ohhhh. Die Glocken nach so groß bin ich erstmal weg, Digger. Ich hab keinen Bock drauf. Ich werde dann auch erstmal ein anderes Game spielen, Digger. Ich auch. Top 100, schön und gut. Es hat auch mega Spaß gemacht, aber zweimal das gleiche Rennen. Wenn das auch noch so scheiße ist. Mhm. Du darfst nur demutieren. Und der nicht jedes Rennen zweimal. Bei den Special Events. Nein. Da sind auch welche dabei, die tatsächlich einzigartig sind. Aber ich glaube nicht bei den Street Trace Events, oder? Nein. Kommt nicht. Ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt auch lieber in New York gefahren. Bei Ehrlich Lichtwinkelgeld oder sowas. Aber wenn ich diese Strecke nicht nochmal fahren muss. Aber die Zeit ist auch wieder rotz. Jetzt schon 2.12. Nö. Basti weigert sich. Ich hab ja 10 gezippt. Ich hab ja 10 gezippt. Wir haben aber nicht einfach bis die Zeit vorbei ist gar nichts machen. Was ist denn das? Was ist denn das? 13 Minuten und müssen auch eh ein paar Rennen machen bis zu 10 Nein, das Rennen hier Wir haben bis jetzt 9, wenn wir das hier schaffen, war das das 10 Ok, ich konzentriere mich jetzt Scheiße, du musst ja zu 100 werden Richtig Schieb dich jetzt an Konzentrier dich Ich glaube keiner mehr von uns kann, sie konzentrieren Ja, ne ich wusste es, ne komm So lächerlich schon wieder Ja, so wir haben die scheiße MPCs holen mit ein Säule Ja, jetzt fällt noch mein Controller runter Ich will außen rum fahren Ja, und was tust du nicht? Weil ich immer entweder in den äußersten Baum oder innen ins Haus knalle Aber nie genau dazwischen Moin Vininator Geht doch Geht doch Ja, und ich kann durch die 2 Bäume Ja, das will ich genau vermeiden, weil das ist mir zu riskant Da durch die Bäume zu brettern Geht doch Ja, war tot gesorgt Jetzt der Nebel, ne, das muss natürlich sein Jetzt der Nebel, ne, das muss natürlich sein Wie viele Minuten haben wir noch? Keine Ahnung, will jetzt nicht nachgucken Die erste Runde lief jetzt mal halbwegs sauber, jetzt will ich nicht nachgucken Dafür hast du aber die ganzen Jackpoints weggeballert Dafür hast du aber die ganzen Jackpoints weggeballert Macht ja nix, ich bin immerhin sauber durchgekommen Wenn ich jetzt sauber durchkomme den Rest, ne, dann verstehe ich nicht, wenn das keine Zeit ist Weil ich bin eigentlich bis jetzt alles gut gefahren hier Weil ich bin eigentlich bis jetzt alles gut gefahren hier Na, konnte knapp werden Aber sehr sehr knapp Ja, aber ich verstehe nicht, warum es so knapp ist Ja, aber ich verstehe nicht, warum es so knapp ist Für eine simple Top 100 Zeit 2,11, 2,12 Ja! Was musste ich fahren? 2,13,8, ne? Ja! Dann hätten wir es geschafft Nice Oh! Wie lange haben wir noch? 4 Minuten Na, schaffen wir Ich kann nicht mehr Werker, ich hab gleich mal einen Vorschlag für dich Dann musst du mir sagen, ob das für dich okay ist Boah, das ist ekelhaft Bist du top Platz 67 Mika, die Kälte ist ja wahrscheinlich nicht für mich Alter Schwede 2,12 Damit das zehnte Rennen in vier Stunden Top 100 G 10 Rennen in vier Stunden, Digga Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann